1545. Dies ist Sengoku-Jitai, das Zeitalter des Krieges. Seit 200 Jahren herrschten die Ashikaga-Shogune von Kyoto aus. Sie besaßen Herrlichkeit und Macht. Die übermächtigen Clans sind ungehorsam geworden. Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Doch wer wird siegreich sein? Die Länder der Mori haben unser Volk immer reichlich versorgt. Unsere Feinde sind zahlreich und missgünstig. Sie bedrohen unsere Grenzen und halten Ausschau nach jeder noch so kleinen Schwäche. Andere bewirtschaften das Land. Wir sind meisterliche Seefahrer. Unsere Schiffe beneiden uns alle. Die Wellen sind unerbittlich. Wir Mori sind starke, geübte Seefahrer. Unser Können wird von Generation zu Generation weitergegeben. Das macht uns im Krieg stark. Echamon, der Kriegsgott ist erwacht. Nun ist es an der Zeit, unsere Feinde zu besiegen. Alle werden sich vor dem Mori-Clan verneigen. Wir werden nicht länger warten. Das Schicksal ruft. Das suits Sie im Kriege! Im Krieg! Der Krieg! Bis zum nächsten Mal.